Sherry Bees, the place to be! Die glücklichsten 5 Kilometer deines Lebens. Unter diesem Motto nehmen rund 5.500 Läufer beim zweiten Color Run in München teil. Aber was ist das genau? Ursprünglich kommt die Idee aus den USA und da ist sie auch entstanden. Und man hat sich einfach gedacht, man möchte so ein bisschen Bewegung und Party kombinieren. Wie kann man das besser als mit Farbpulver und sich farbig zu machen? Und daraus ist der Color Run entstanden. Das Ganze läuft so ab. Es geht durch vier Farbzonen. Man startet total weiß und kommt hinten knallbunt wieder raus und wird an den Farbzonen von freiwilligen Helfern eben mit Farbe voll gesprüht. Und dann geht's für die Läufer an den Start. Seid ihr bereit? Euer Countdown! 10! 9! 8! 7! 10! 5! 4! 3! 5! 1! 1! Die Teilnehmer müssen sich durch vier verschiedene Farbzonen kämpfen und werden dabei mit Farbe besprüht. Das Farbpulver besteht aus Reismehl und Lebensmittelfarbe und ist biologisch abbaubar. In den Augen brennt das Pulver aber trotzdem. Um Geschwindigkeit geht's beim Color Run nicht. Hauptsache man hat Spaß. Du bist gerade ins Ziel gekommen, wie fühlt es sich an? Super, super, super! Wie war denn der Color Run für euch? Ja, das war ja der Fall, ehrlich, die Flipierweter. Spaziergang war das. Geil war's, das ist echt super. Was war das Highlight? Die pinke Farbe. Nach dem Lauf wird getanzt und gefeiert. Für ein paar Stunden herrscht in München Festivalstimmung. Das war's, das war's, das war's, das war's. Wer jetzt Lust bekommen hat, der Color Run kommt am 24. August 2014 nach Österreich ins Magna Rossino in Ebreichsdorf. Ich bereite mich schon seit vier Monaten drauf vor und ich hoffe, diesmal schaffe ich's bis zum Ende. Habt ihr schon aufgegeben? Was haben wir schon? Aufgegeben, weil ich nicht ins Ziel gewachsen ist. Was ist das? Das ist alles Ziel, oder? Das Ziel ist hier wieder böse. Also, dann geht los! Ciao! Ciao! Ciao!